Wirst du dich jetzt endlich entschuldigen? Ich hatte nur. Meine Mom, Dad, war der, der nicht wiederkam. Als Kind wurde er ausgesetzt. Als Jugendlicher missbraucht. Jetzt ist er erwachsen. Schildern Sie mir Ihre Träume, Claire. Deine Junge ist an Ertränken. Geschade ist in Ihrer Kindheit? Das stammt nicht aus meiner Kindheit, sondern aus der Kindheit eines anderen. Aus wessen? Kommst du mit zu mir rüber, Claire? Von ihm geht das Unerklärliche aus. Ich weiß, du hast von mir geträumt. Das in Ihre Seele eindringt. Nacht für Nacht schickt er mir Träume. Ich habe auch von dir geträumt. Vielleicht ist er einsam. Ich wusste, dass es noch jemanden gibt, der wie ich träumt. Sie sollte mir meine Familie ersetzen. Er beherrscht meine Träume! Sie träumt seine Verbrechen. Wir haben eine Leiche gefunden. Wie viele Menschen hat er umgebracht? Bevor sie passieren. Ich weiß, es werden noch mehr. Glaubst du, dass ich Angst vor dir habe? Glaubst du, dass ich Angst vor dir habe? Haben Sie schon mal daran gedacht, dass das, was sie sagt, möglicherweise wahr ist? Ich glaube nicht, dass sich meine Frau das nur einbildet. Verschwinde aus meinen Gedanken. Verschwinde aus meinen Gedanken. Verschwinde aus meinen Gedanken. Lass mich in Ruhe! Ich wollte doch nur eine Familie haben. Er will damit aufhören und verlangt von mir, dass ich ihm dabei helfe. Nein! Was haben Sie denn, Claire? Ich habe es geträumt. Und es wird passieren. Der Mann, den ich liebe! Was wird ihm zustoßen? Er wird sterben. Damit kann ich leben. Annette Bening. Woher kennst du mich? Robert Downey Jr. Das verrate ich nicht.